Gut aussehen, ja das ist jetzt auch ein Stichwort. Ballett gibt es noch einmal und die Musik von Joachim Rodrigo gespielt von, jetzt halten Sie sich fest, Stargeiger David Garrett, inspirierte Therese Steigerwald-Jolli zum Tanz-Konzerto. David Garrett ist nicht da heute, es tut mir leid, aber die Tänzerinnen sind da von der Ballettschule Steigerwald und das sind Sarah Barbarowitsch, Alexandra Kowalczykova, Luisa Minsen, Christine Oman und Jessica Sodukin. Und es handelt sich wieder zur Tanzgala in Oldenburg um eine echte Steigerwald-Choreografie und dazu wünsche ich Ihnen jetzt viel Vergnügen, Concerto, bitteschön. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.